So Leute ihr wisst ihr eh was ihr seid wenn ihr das Video seht, ne der Apfeltschen Ohr wird gestreamt wenn es so läuft wie jedes Mal dann bis um 6, wer weiß wie lange das wissen wir überhaupt nicht angefangen wie immer mit Heartstone hoffe ich glaube ich dann wahrscheinlich TTT dann CSGO oder Team Fortress oder whatever was mir einfällt worauf wir Lust haben allgemein aus einer CSGO Auswahl, alle schon wieder sagen, ich spiele auch CSGO, werden wir dann sehen Twitch-Stiftweise DadoKarl kennt ihr hoffentlich noch, ich bin Maru und ich hoffe ein paar von euch während zuschauen wir sehen uns dann hoffentlich bald gleich um 14 Uhr im Livestream und falls ihr bei TTT mitmachen wollt oder allgemein mitmachen wollt oder keinen Stream mehr verpassen wollt wirklich empfehlen der DadoKarl Gruppe in Steam zu folgen oder natürlich den Twitch Kanal weil ich außer den Samstag Livestreams die meisten Livestreams nicht abendkündigen wäre per Video sollt ihr vielleicht den Gruppen folgen und dann da die Ankündigungen mitbekommen da ich einfach mal sonst spontan los darf zu streben und dann seht ihr das nicht weil ich kein Video mache und dann kann ich da, ich finde das nicht gut warum auch immer dann nachts um 4 Uhr früh gestern 40 Leute zugeschaut haben ich weiß nicht worauf ihr effektiv seid, egal, bis dann, tschüss Also, wir sehen uns auf der nächsten Mal